Meine liebe McFamily, ich möchte mich heute auf eine ganz besondere Art und Weise bei Ihnen bedanken. Nicht auf einer Bühne, nicht bei einem Meeting. Ich möchte mich bedanken in Form einer Videobotschaft. Es ist für mich so wichtig, dass ich Ihnen das einmal sagen kann, weil ohne Sie, ohne die Franchise-Nehmer, ohne die Restaurantleiter und besonders ohne die gesamte Crew könnten wir, die Kinderhilfe, das nicht erreichen, was wir erreicht haben. Und ganz besonders die letzte Aktion, die Trostpflasteraktion. Wir haben 198.243 Stück verkauft. Wenn ich sage wir, dann bin das nicht ich, sondern das sind Sie. Sie haben das für uns gemacht. Für Familien mit schwerkranken Kindern. Und es ist mir eine absolut große Freude, Ihnen das mitteilen zu dürfen, dass wir europaweit an der Spitze sind. Europa will die Trostpflasteraktion uns nachgestalten. Und warum? Weil Sie so gut sind. Weil Sie das geschafft haben, was die anderen noch nicht vorher geschafft haben. Und darum sage ich Danke. Und besonders hoffe ich, dass wir in Zukunft noch viele, viele solche Aktivitäten gemeinsam schaffen und wirklich noch viel erreichen. Und das können wir wirklich nur gemeinsam. Nicht ich kann das, sondern nur mit Ihrer Hilfe. Und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.